hallo mitspieler mein name ist joshu und ich spiele mit euch daisy in diesem tutorial möchte ich euch zeigen wie ihr eure schuhe flicken könnt und das ziemlich simpel jetzt sieht eure schuhe aus in diesem fall sind jetzt hier strom stiefel oder nehmt die in die hand und repariert die mit dem ledernay set kombinieren flicken und ihr habt den status gesehen der status war beschädigt ja und jetzt sind die auf dem status abgenutzt so fix geht das und das ist eine geschichte die ziemlich wichtig ist warum wenn eure stiefel ruiniert sind dann hören die füße beim laufen nicht mehr auf zu bluten ihr habt ständig blutende wunden an den füßen deshalb ist es wichtig die immer fit zu halten ihr könnt mit dem ledernay set auch euren rucksack nähen der ist jetzt hier auf dem level abgenutzt das heißt der ist noch nicht so weit aber schuhe und rucksack mit dem ledernay set in ordnung bringen wichtiger punkt ja das war schon ich hoffe das hat euch etwas gebracht das gerne daumen hoch und abo da und wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut bei bei